Servus Freunde des Ballsports. Harry Kane gilt als absoluter Wunschkandidat, was die Lösung im Sturmzentrum beim FC Bayern München angeht. Man möchte ihn quasi als legitim Nachfolger von Robert Lewandowski im nächsten Sommer verpflichten. Jetzt könnte dieser Deal platzen. Warum das Ganze eben jetzt auf einmal eine Kehrtwende annimmt, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Vorab immer die Info, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und damit zurück zum Thema. Ja, schon über Monate hinweg halten sich hartnähtig die Gerüchte, dass Harry Kane möglicherweise an die Isar wechseln soll und eben dann beim FC Bayern München auf Torejagd gehen soll. Jetzt gibt es aber eben neue Medienberichte, denn wenn man diesen glauben darf, dann gibt es aktuell extreme Zweifel in München, ob der Stürmer im Sommer wirklich zu den Bayern wechseln würde. So zumindest heißt es in The Athletic, einem britischen Nachrichtenmagazin. Dort wird quasi erklärt, dass Harry Kane auf jeden Fall nach wie vor im Visier der Münchner ist. Und man auf jeden Fall auch jetzt im neuen Jahr Gespräche wagen möchte. Aber in München hält man den Deal aktuell für sehr unwahrscheinlich, weil man eben auch glaubt, dass es zum einen schwer wird, Harry Kane aus England loszueisen. Und zum anderen auch, dass Tottenham ihren Leistungsträger, ihren Top-Stürmer ziehen lassen wird. Denn vertraglich muss man wirklich sagen, ist er ja immer noch bis 2024 gebunden. Man würde ihn quasi vorzeitig im Sommer herauskaufen wollen. Problem dabei, dass er eben noch Vertrag hat. Aber man muss natürlich sagen, wenn Tottenham nochmal eine richtige Ablöse mit ihm generieren will, dann eigentlich nur in diesem Sommer. In München wartet man eben auf ein Signal des 29-Jährigen. Denn wenn der so mal in der Öffentlichkeit oder irgendwie mal über seinen Berater ein Signal nach München geben würde, dass er Bock auf die Bayern hat, dann würde man auf jeden Fall seine Bemühungen intensivieren. Gerüchten zufolge müssten die Münchner auch ca. 80 bis 100 Millionen Euro für den Top-Türjäger in die Hand nehmen. Und das sind sie wohl auch gewillt zu tun. Denn sie wollen, wie gesagt, eine absolute Top-Lösung im Sturmenzentrum. Da sie natürlich auch jetzt gemerkt haben, dass diese 4-2-2-2-Aufstellungen, das wird alles nichts. Man möchte unbedingt einen absoluten Top-Stürmer vorne drin haben. Und dann sieht man eben auch nicht in Choupo-Moting. Der hat zwar einen guten Lauf aktuell, aber dennoch ist er keine langfristige und auf Europa auf absolutem Top-Niveau-Lösung. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, aktuell könnte man meinen, es sieht schlecht aus. Aber wie gesagt, ich denke, wenn Harry Kane den Bayern ein Signal geben würde, dass er Bock auf die Bundesliga, Bock auf den FC Bayern München hat, dann könnte das Ganze richtig Fahrt aufnehmen. Harry Kane zum FC Bayern München. Was ist eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare damit. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.